Das Zwei-Personen-Stück Späte Gegend kommt heute Abend in Kufstein zur Erstaufführung. Wir zeigen Späte Gegend. Ein Stück von der Lida Wieniewicz, zwei Frauen, eine Städterin, eine Bäuerin, die aus ihrem Leben erzählen. Aus der Kriegszeit, Nachkriegszeit, ja. Berührend und authentisch verbindet die Autorin zwei unterschiedliche Frauenschicksale zu einem lebendigen Stück österreichischer Zeitgeschichte. Die beiden Frauen werden verkörpert von Inge Paulin und Hildegard Reitberger. Das Stück wird am 5. und 25. November im Kulturhaus Kufstein noch zweimal aufgeführt.